Christian Rach zog sich vor zwölf Jahren aus der Gastronomie zurück. Was macht er heute? Hamburg, der Sternekoch Christian Rach, 66, ist vielen vor allem als Rach, der Restaurant-Tester, bekannt. Er selbst zog sich bereits vor zwölf Jahren aus der Gastronomie zurück. Wie es ihm damit geht und was er eigentlich heute macht, verriet R.S.H. im Interview. Herr Rach, gerade erschien Ihr neues Kochbuch, Deutsche Küche. Was ist darin das Besondere? Christian Rach, ich versuche, in dem Buch eine Vision zu gestalten. Deswegen richtet sich die Gliederung nicht nach Jahreszeiten oder der Geografie, sondern danach, wofür Deutschland steht. Für tolles Brot, für weißen Spargel oder dafür, was wir aus Kohl und Rüben machen. Etwa 30% sind traditionelle Gerichte und der Rest ist innovativ mit viel Gemüse und viel Getreide. Wie genau hat sich denn die deutsche Küche in ihren Augen verändert? Rach, moderne deutsche Küche heißt, Weg von der Fleischlastigkeit. Früher hieß es, jeder braucht jeden Tag ein Schnitzel auf dem Teller. Das war ein Zeichen des wirtschaftlichen Wachstums und der Erholung nach den Weltkriegen. Davor gab es den Sonntagsbraten und dann gab es den Überfluss. Und wir haben in Deutschland sehr lange den Produkten gegenüber keine Wertschätzung gezeigt. Heute wollen die jungen Menschen wieder wissen, wo die Produkte herkommen und wenn sie Fleisch essen. Dann möchten sie nicht, dass es aus der Massentierhaltung kommt. Das ändert sich sehr und das sind neue Herausforderungen an die Produzenten. Die müssen wir mit unseren Traditionen koppeln. Und wir haben unglaublich tolle Traditionen in Deutschland. Gab es vor dem Hintergrund auch die Überlegung, ihr Kochbuch komplett fleischlos zu gestalten? Rach, ja, aber dann wäre es nicht mehr die deutsche Küche. Dann müsste man es vegetarische deutsche Küche nennen. Und das wäre auch nicht meine Überzeugung. Ich esse zwar so gut wie keine zusammengesetzte Wurst mehr. Aber ich esse gerne mal einen guten Schinken von einem super Produzenten. Christian Rach, zur Mehrwertsteuer-Diskussion, wird es schwer machen. Noch vor der Corona-Pandemie haben sie der Gastronomie eine düstere Zeit vorausgesagt. Sehen sie das jetzt bestätigt? Rach, es geht mir nicht um Bestätigung. Es ist schade so. Aber die Corona-Pandemie darf auch nicht als Ausrede dienen. Um über Missstände hinweg zu sehen. Die es sowieso in der Branche gibt. Aber heute erleben wir unglaublich viele junge Kollegen und Kolleginnen. Auch in der Branche gibt es einen guten Schlaf, die ich ehemalige, die in der Branche verteile und die in der Branche wurde. Und dann kommt man einem kreiner. Genau, und jetzt bin ich das. Wenn ich nur noch die Branche in der Branche gebeiere, ist es in der Branche in der Branche zu steigen. Untertitelung des ZDF, 2020